Sooo Ach, super Musik! Aufzug! Richtig geile Musik Nice Wow, alter! Was haben wir denn da? Luca Cola Victory Es leuchtet goldgelb Schaut schön aus Jetzt wieder raus Ich bin jetzt eh wieder da draußen Okay, gut Dann würde ich mal sagen, dann gehen wir zuerst zu den Jüngern, oder? Ja, dann gehen wir erstmal zu den Jüngern Jetzt habe ich das verdammte Luca Cola Lied wieder im Kopf Nisha Nisha hat ja eigentlich nur eine Regel Lass doch mal Nisha? Okay Der letzte starb zu schnell Ich lass echt nach Pass auf dich auf, Boss Wir haben dich im Auge Pass auf dich auf, Boss Ich passe immer auf mich auf Los, Mädels Wir sollten hier das Sagen haben Nicht so ein Umweltschützer den Gage rangeholt hat Wir geben ihm noch eine Chance Wenn Gage die vermasselt, weiß er, dass wir ihm dafür die Haut abziehen Also halt's Maul und warte ab Was ist mit dir, Großer? Hast du gar keine Meinung dazu? Solange mir nicht im Weg steht, ist mir das scheißegal Ja, hab ich mir gedacht Also ihr beiden Verschwindet Und sorgt dafür, dass die anderen es mitkriegen Der neue Obi, was? Du willst bestimmt mit Nisha sprechen Sie hat das Sagen Ha, ist bestimmt nichts Großes Willst du reden? Dann red mit Nisha Hallo So Du bist also Gages kleines Projekt Sein Schoßhündchen Projekt? Vorsicht, gute Frau Ich bin niemandes Schoß-Tierchen Wirklich Gage hat Coulter an die Macht gebracht Und jetzt kommst du So sehe ich die Sache Jeder weiß, dass wir alle Coulter tot sehen wollten Wenn ich es hätte entscheiden können Wäre er aber langsam und qualvoll gestorben Aber egal Bringen wir dieses kleine Treffen hier hinter uns Ich bin Nisha Ich führe die Jünger an Wir haben hier nur eine Regel Und die lautet Den Frieden dieser Allianz Waren Ansonsten sehen wir die Sache so Regeln haben in dieser Welt ihre Bedeutung verloren Als die Leute anfingen sich gegenseitig zu bombardieren Der Frieden, wir waren sarkastisch Die Welt braucht Regeln Regeln halten uns zurück Was meinst du mit den Frieden wahren? Es bedeutet Tu was du willst Aber lass dich nicht erwischen Ich habe echt keinen Bock Die Unternehmer oder das Rudel am Arsch zu haben Eine Bande? Kein Problem Aber gegen zwei? Da sieht's etwas finster aus Also heißt es den Frieden wahren Eine andere Regel brauchen wir nicht Die Welt braucht Regeln Die Welt braucht Regeln Sonst wird sie sich nie erholen Regeln sind gefährlich Denn die Leute verlassen sich irgendwann auf sie Sie wiegen dich in Sicherheit Aber wenn du einen Moment nicht aufpasst Bist du tot Kurta dachte er sei wegen einer Regel oder eines Codes unantastbar Aber er musste auf die harte Tour feststellen, dass das nicht so war Obwohl eins muss man ihn lassen Er hat immerhin die Feuerprobe gebaut Natürlich war sie am Anfang scheiße Total einfallslos Aber wir haben sie etwas aufgefällt Wie viele Opfer hat Beanto das Ding schließen Kindergeburtstag Wie viele Opfer hat diese Feuerprobe schon gefordert? Das zählt doch keiner Aber genug um die Händler zu beschäftigen Wir schicken sie zum Saubermachen rein Wenn es anfängt zu stinken Natürlich schaffen die es nicht immer lebend daraus Die Feuerprobe schläft nie Äh Das nennt ihr eine Feuerprobe? Wäre ein Kindergeburtstag Enden Kindergeburtstage mit dem Tod Wenn dir Gage nicht geholfen hätte wärst du jetzt tot Hoffen wir nur dass Gage mit dir richtig liegt Er hat uns viel versprochen um uns hierher zu bekommen Und nie davon etwas gehalten Du solltest das also besser nicht versauen Denn noch so eine Runde Blödsinn dulde ich nicht Stellst du mich infrage kommt drauf an Stellst du mich infrage? Euren Overboss? Nein Ich bin nur neugierig In Coulter hatten wir uns getäuscht Den Fehler machen wir nicht zweimal Ich werde die Dinge auf meine Art erledigen Ob es dir gefällt oder nicht Ach ja? Ein paar Dinge solltest du bedenken Bevor du anfängst die Dinge auf deine Art zu erledigen Du musst wissen dass wir Jünger nicht nur drohen Wir schreiten auch zur Tat Wir sind weder von unseren Kronkorken besessen wie diese Gören mit ihren Frisuren Noch sind wir wilde Tiere die sich nicht benehmen können Wenn du verkackst leg ich dich um Obwohl ich zugegebenermaßen viel größere Pläne für Gage habe Aber wenn du uns unterstützt und deine Versprechen wie ein guter kleiner Overboss hältst Dann helfen wir dir Du darfst leben und alle gewinnen Arbeitet für mich dann bekommt ihr was ihr wollt Gut Entweder bist du schlau oder du magst dein Leben Wie dem auch sei Genau das wollte ich hören Also wenn du dich wirklich gut mit mir stellen willst Hier gibt es immer was zu tun Also wenn du beweisen willst dass du es drauf hast Weißt du ja wo du mich findest Ja ich weiß wo ich die finde Ich Ähm Ja der ist tot Ähm Ja Du führst vielleicht Nuka World Aber das hier ist Jüngergebiet Hier haben wir das Sagen Hey Es ist total langweilig seit Nisha uns in Teams gesteckt hat Ich hab's nicht so mit anderen Ach wenn hauen wir denn hier Gefangenen Hilfe Ich find das so lustig Ich bin der Overboss Ich kann eigentlich fast alles machen Ich geh zum Gefangenen hin Und mein Charakter sagt Hallo Alles gut bei dir Auch wenn du schon fast tot bist Hallo Oder bei dem Typen Hey Hey Sie werden mich töten Sie werden mich töten Hey Oh man Wisst ihr was ich meine? Man sagt Hallo Wer sagt Sie werden mich töten Hallo Kein Problem Geh drauf tu und so Alcaramba Ach das ist ein echter Kopf Oh Die knutscht Läuft zu Alter Hallo Halt dein Messer immer geschärft Schlammige Arbeit mag niemand Hm Ah es gibt auch Pommen aber nur sehr wenige wie es ausschaut Sehr sehr wenige Ich schau mir jetzt einfach mal Ich schau mir jetzt einfach mal hier die Gegend an Ich schau mir jetzt einfach mal hier die Gegend an Nehmen wir mal hier den Dings mit Victory Oh Look a color grad Ist ja auch interessant dann Es leuchtet weiß Nice Ja der hängt da bisschen rum Das beste an einer Maske Dass ich nicht so aussehen muss als würde mich interessieren was die Leute sagen Hallo Was ist schlimmer eine Krawatte oder ein Teddybären zu tragen Super machst du das Wenigstens mal jemand der hier mal die Geschütze macht Das sieht man nicht so selten So mache ich das schön fleißig Was ist schlimmer eine Krawatte oder ein Teddybären zu tragen Ein Teddybär Krawatte ist ja noch stylisch wenn ich ganz ehrlich bin Also so eine auf Barney machen Letzter Stab zu schnell Ich lass echt nach Gut Ich schau mir das hier mal alles an Also nicht wundern Wir können auch mal schauen wie viele Folgen ich da machen soll Oder ob ich die ganze Zeit Folgen machen soll hier von Luca Cola World Halt dein Messer immer geschärft Schlampige Arbeit mag niemand Ja ja Alles voller Blut Könnten auch alle hier Vampire sein weil hier alles voller Blut ist Okay Ach hier dieser Bruch Ach die hängen hier auch alle ein bisschen rum Es ist total langweilig seit Nisha uns in Teams gesteckt hat Es ist total langweilig seit Nisha uns in Teams gesteckt hat Ich hab's nicht so mit anderen Ich bin überrascht dass Cota so lange durchgehalten hat Alter ist so riesig hier Ich glaube wir alle wollten den Tod sehen Cool Sowas feiere ich am meisten so riesige Gebäude Und hier ist eine Nachricht Ich komm als Dixie so wie mir was Dann muss man runter Bin mal leise Ich hab so meine Methoden Ich bin nur hier weil Nisha helfen will Den Frieden zwischen den Baden zu wahren Ich aber nicht unbedingt Ähm Ich glaub das ist der Typ Der ist Ja Tch Tod Kein Kommentar Einmal nur Tod Hier gibt's noch zwei weitere Das hören wir uns mal alles an Hey Ruth Sammy ist gerade mit diesem Mädchen namens Dixie zurückgekommen Und hat die besten Neuigkeiten aller Zeiten Sie sagte sie käme von einem Ort namens Nuka World An dem wir sicher und geschützt sein werden Endlich Ich bin es so leid mich hier draußen mit Raidern rumzuschlagen Essen zu finden und einfach nur zu überleben Wir packen unsere Sachen und verschwinden Ich wollte dir diese Nachricht hinterlassen Es ist so unglaublich nett von euch eine Fremde in eurem Zuhause aufzunehmen Ach du kannst dir nicht vorstellen wie glücklich wir sind dich getroffen zu haben Nicht so glücklich wie ich Was machst du da? Warte ich dachte du wärst hier um Kate Lauf weg Sam Nein Was hast du getan? Keine Sorge Schätzchen Ich würde zwei Verliebte niemals trennen Nein Ah Lief doch gut Was ist das? Ich glaube dich behalte ich als kleines Andenken Alles klar Voll die Psychos hier Hier ist in Sachen Handel nicht viel los Ich spiele mit dem Gedanken die Zelte abzubrechen und wieder zurück ins Commonwealth zu gehen Wir haben den Brahmin an so einen verdammten Red Scorpion verloren Und ich glaube Amy hat sich was eingefangen Wir anderen springen uns gegenseitig an die Kehle Wir sind es leid rumzureisen und kaum Geschäfte zu machen Dieser ganze Plan war Mist Derzeit haben wir kaum genug Einnahmen um unsere Verluste auszugleichen Hey, seid ihr der Händler? Ich kenne einen guten Platz in der Nähe Bringt garantiert was ein Schaut euch einfach mal an Ja? Ich weiß nicht ob wir einer Fremden mit Maske überhaupt vertrauen sollen Bist du nicht vielleicht so ein Raider? Ich bin kein Raider Und ich trag diese Maske nur weil ich mich irgendwann mal mit nem Yao Guai angelegt hab Ist eure Entscheidung Wenn ihr Interesse habt Nuka World liegt nicht weit entfernt im Norden Könnt ihr nicht verfehlen Sagt einfach Dixie hätte